ich glaube mal schon dass wir hier hin müssen denke ich mir mal als nächstes upgraden wir mal die munition jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt wo müssen wir hin haben wir da hinten vielleicht eins übersehen ja haben wir sogar und wir kommen jetzt da hoch hier ja so was liegt hier schönes hier liegt die tag 12 hört sich auch lecker an da müssen wir aber erst mal unsere pistolenfertigkeit aufgraden damit wird uns zwei primärwaffen schnappen können lade 60 sekunden nicht ihre waffen was sind das für aufgaben heute ich kann noch nicht 60 60 sekunden meiner waffe nicht nachladen ich mache es jetzt einfach mal so nein nein hör auf hör auf die scheiße 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 40 sekunden lang muss hier zu durchhaltigungs nein auf nachzuladen bitte bitte hör auf wir haben nur noch 29 sekunden aber jetzt ich wollte täubungs munition ausgewählte zähler die ganze zeit nachladen die tricks auf 15 sekunden kommt das packen wir bitte ich will den skill punkte kommen 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 fünf sekunden fünf sekunden und da ist noch mal ein abflug hier du brauchst gar nicht denken mit einem mg um zu feuern ist immer schön aber jetzt krieg ich aber auf den sack hier bombe 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 das ist es ist das hier tatsächlich sehr geil�B hier ja 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 das ist und das nee ich bin down das ist gar nicht warum stehe ich jetzt warum stehe ich auf eigentlich Ich muss hier oben aus dem Kotzfeld hier raus. Sie sind aufgestiegen. Hier haben drei. Da hinten ist ein Griffin. Erstmal Munition auffüllen. Nicht vergessen. Okay, und das hat jetzt einen Grund, warum ich... Kann ich jetzt schon? Feuern sie mit zwei Pistolen. Dann kann ich mir die ja schon kaufen. Aber warum kann ich jetzt den Bohrer nicht aufheben? Egal, ich gehe jetzt einfach mal dahinter und checke mal die Lage aus mit dem Griffin. Und dann... Ja, aber das wundert mich jetzt, dass ich wieder den Scheiß-Bohrer nicht mitnehmen kann. Die Tore sind mit einer Art magnetischer Barriere verstärkt. Von hier kommt man nicht durch das Feld. Dust Bomber! Bomber kommt! Muss ich die Teile jetzt eigentlich zerstören, oder? Warum gibt es mir einen Hitmarker? Okay, ich hebe den jetzt einfach mal. Ach, ich habe hier noch kleine Pistolen. Ja, hey, 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 hey. Kann ich die jetzt nicht? Aber das verstehe ich nicht. Warum soll ich da drauf schießen? Was soll ich das überhaupt? Vielleicht hat es auch irgendwas mit der Tüche zu tun. Ich glaube, ich muss tatsächlich alle zerstören. Das ist mit dem Vanguard wahrscheinlich viel schlauer. Und sich dabei selber noch zu verteidigen. Ei, 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 diese Bomber, die gehen mir aber schön auf den Sack. Bomber kommt! Eija, ist ja gut. So, und den nächsten überlässt es kein Sack. Zack, bomm! Okay, der scheint zerstört zu sein. Ich glaube mal, wenn es gelb ist, dass es dann zerstört ist. Bin mir aber nicht sicher. Schon wieder zerstört. Naja. Dann haben wir nur noch einen und dann ist die Geschichte hier anscheinend auch schon erledigt. Und dann denke ich mal, dass wir hier durch können. Hoffe ich doch mal. Aua. Der hat gesessen. Das war eine Breitseite. So, Wenger ist auch wieder einsatzbereit. Komm schon. Komm schon. Gut. Ich drück die ganze Zeit auf Kanaten schmeißen, obwohl ich gar keine mehr hab, Mann. Hier haben wir noch einen. Du kriegst jetzt auch auf den Sack. Ich benutze jetzt einfach mal das Ding. Vielleicht greifen wir das eher an. Ja. Machen wir auch. Ich frage mich halt jetzt, müssen wir noch weiter auf die Dinger drauf fahren. Ja, tatsächlich. Bis sie rot sind. Scheiße. Fuck. Mann. Das hab ich jetzt nicht gewusst. Was ist denn hier los? Ist hier Hausparty oder was? Vorsicht. Dust Ballmer. Oh, Jungs, 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 helf mir doch mal. Wie er gerade total überfordert. Oh, er legt mich am Arsch dieses Jahr. Oh. Gut, der ist auch weg. Ich hoffe mal, dass die mich jetzt da relativ am Leben lassen. Ich versuche das hier gerade so schnell wie möglich zu machen. Komm, 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 komm. Der ist auch down. Signal bricht ab. Habe ich eigentlich überhaupt noch eins? Ne, ich glaube, das war's. Ich bin mir nicht sicher. Ja, gut, das sind alle zerstört, ne? Jetzt, was ist jetzt? Kann ich hier nicht durchlaufen? Aber. Und zu dem Henker und die Oberlisten sind da auch noch nie noch eine Stufe. Das ist ja zäh. Vor allem, wenn ich da hier nicht so auf den Sack kriegen würde, wäre das alles nicht so das Problem. Ich kriege hier ja gerade mega böse auf den Sack. Das ist ja das größte Problem. Vengar zerstört. Ich möchte mich doch jetzt mal marschieren. Totale Action. Aber ohne wird es extrem schwer gemacht. Alleine ist es schon sehr prompt. Komm. Ist mir jetzt egal, ob er mich abschießt. Ich bin resistent. Boah, das ist ja schon fast wieder zerstört. Erster Oberlisten zerstört. Hätte ich das gewusst, hätte ich das direkt in einem gemacht. Hier. Wir brauchen anscheinend immer nur zwei fette Raketen. Zack. Ei, ei, ei. Einer noch. Geht's doch nicht. Obst du leider sein? Das ist ein Punkt. Sie haben bereits ein E-Mail. Das finde ich toll. So, letzter Vengar, den wir zur Verfügung haben. Ne, nicht. Der zur Verfügung haben, aber den wir brauchen werden, hoffe ich doch mal. Scheiße, ich glaube, ich muss ja da noch den Bohrer holen. Dammte Scheiße, ja. Na ja, das dürften wir jetzt eigentlich schaffen. Was ist hier? Amelie. Uh, Amelie. Amelie, 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 Amelie. Scheiße, ich will hier hoch. Alter, wie ich hier auf den Sack kriege. Das würde man nicht so gut machen. Ich komme hier gerade voll durcheinander, wirklich. Ihr sollt eine Gewebeprobe entnehmen und verschrauben. Jetzt liegt der Bohrer da hinten. Ich krieg's kotzen. Ich krieg's kotzen ohne Witz. So, da wir uns jetzt hier eigentlich einen ganzen Part irgendwie aufgehalten haben. Ähm, ja. Keine Ahnung, die Leute da... Ja, was laube ich. Da wir uns jetzt einen ganzen Part dran aufgehalten haben, hier diese Scheiße Obelisken zu zerstören. Hoffe ich mal, dass der zum nächsten Part ein bisschen schneller geht.